Oh, oh, der Pilot hat sich schön zerschossen. Der hat wie eine verflächte Schrotflinte. Hm? So, wenn sie mir den Rücken zeigen, kann ich sie auch töten. Ich hab... Ich hab hier mal was ganz geiles gemacht. Ich bin mit so einem Motorrad. Du bist gemessert worden? Ich würd mal in deinen Rücken schauen. Wow, vielen Dank. Das ist knapp, da kannst du mich erinnern. Wo bist du denn? Der hat mich nämlich gemessert. Ich glaube, hier kommt ein Panzer gleich. Also, ich spawne den Panzer, meine ich. Hat der keine Flares? Wasch den ab? Japp.